Ich weiß, wo du bist. Du weißt, wo ich bin. Nein, ich weiß, wo du bist, aber du nicht, wo ich bin, weil ich nicht geschossen hab. Achso, dann war das der, über den ich gekehlt hab. Ah, du bist da oben. Was willst du jetzt machen? Hochkommen. Ey, wo bist du? Wo bist du? Ach, das warst du ja gar nicht, du. Oh, Killstreak zu Ende. Scheiße, ja, ihr habt den Lied. Aber dieser MC4E, den ihr habt, der ist gut. Glaube ich. Es liegt an seinen guten Team-Mate. Aber nicht an dir, oder was? Ja, komm doch, komm doch. Ich bin jetzt in Form. Bist du grad zufällig in dem eigenen Gebäude oben drin? Ja. Schade. Ne, da ist der Joris abwesend. Oh, ich hab hier noch gekillt. Ich müsste mal wieder meine Steuerung umstellen. Oh, ich hätt' fast auf Beenden geklickt. Ich hätt' fast auf Beenden geklickt aus Versehen. So, natürlich. Fail. Lass dich mehr so'n... Oh, Killstreak. Was los? Den Babbo hat der aber nicht gekriegt. Bist du da einfach irgendwo? Ich wär grad fast an einer Brandgranate gestorben. Ach, wär's doch nur fast. Komm, triff dich, triff dich. Ja! War mein Airstrike. Wirst du hier eigentlich auch bewegen? Ey, komm ey, du musst mich nicht kippen, wenn ich grad meine Steuerung umstelle. Ja, 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 volle Ausrede. Leck mich. Lass mir doch mal meinen Lauf. Du zerstörst grad meine... ...unendliche KD, Mann. Bis dann war noch nicht gestorben, ey, das war cool. Ich war bis vorhin noch nicht. Ihr habt ja alle Punkte. Machen Sie so oft neue Accounts, bis wir... ...bis wir Level 50 ohne zu sterben sind. Jo. Wir vergessen immer unabsichtlich natürlich unser Passwort. Unabsichtlich vergessen, ja. Ich hab meins aber wirklich unabsichtlich vergessen. Jaja, du hast dich bloß geschehen für deine schlechte KD. Ja, auf jeden Fall. Oh, oh, du kommst von hinten. Ah, wüsste ich doch. Woher? Haha. Wallhacker, wa? Tja. Eins noch oder keins noch? Ja, wie lang hast denn du noch Zeit? Eins könnte ich noch, so zehnminütiges. Ja, okay. Eins noch. Damit wir auch mal weiss ein bisschen was haben. Nun, guck mal, ich bin bester. Wieso? Weiss nicht. Aber nach dem Update ist die... Früher war die, glaube ich, bei 45.000, jetzt ist sie bei 65.000. 15 Minuten dauert das Ganze. 15 Minuten dauert das Ganze. Oh, wir sind in einem Spiel. Du bist bei mir sogar im Team. Ah, mein ich ja. King Lee ist im Spiel. Sogar eine fast volle Lobby. Die ganzen Gegner kriebt mir dahinten. Jo, da kommen auch gar nicht übertrieben viele. Nein! Oh, das ist natürlich jetzt ziemlich möglich, wenn du weggesnipert wirst. Ich muss mal eine andere Steuerung nachher nehmen. Jetzt liegt es an der Steuerung. Ja, klar. Ich glaube es wohl nicht, dass ich hier sonst sterben würde. Gar nicht. Ich snipe jetzt. Cool. Oh, Kriegskoop. Ich finde dafür sollte man jetzt mindestens ein Like geben, dass ich den direkt getroffen habe. Ich habe jetzt eine neue Waffe, die Tigre. Die Tigre, die ist cool. Guck. Was sie so kann. Kommt, der hat wieder die Sniper, glaube ich. Gleich mal wieder eingetroffen. Oh, fuck. Oh, zwei Kriegskoops. Meister Scheiss. Guck mal, der hat auch die Fisting-Renade. Die ist sehr beliebt. Können wir nicht noch eine Weile aufnehmen? Ich bin gerade so gut. Ich bin gerade in den Gegner reingelassen. Oh. Da bin ich gerade in den Gegner reingelassen. Ja, das sind viele. Kommt, sterbte meine Granate. Danke. Okay. Die kamen da alle rum? Ja, die waren mir gerade auch ein bisschen zu viele. Alle außen da. Oh, die sind alle bei C. Oder was das ist? Mann, und nicht in dem A ein. Oh, das war natürlich genial. Ich werfe meine Granate aus dem Map raus. Elfer, wo ist Elfer? Bis wie viel geht das bis 100, wa? Ja, das geht so nicht schnell. Oh, scheiße. Ich bin hinter drei Gegnern. What? Ah, super. Oh Mann, ey. Ich war am Anfang das Spiel jetzt noch so gut. Unstoppable und so. Unstoppable? Jetzt habe ich ein Kill gemacht in der ganzen Zeit. Das ist natürlich schon prohaft. Und ich war gerade auch genial. Die haben ja richtig geflasht. Ich habe ein 12 zu 6, also. Reicht. Komm, stirb. Warte, ich habe ihm doch eine Granate da reingeworfen. Oh, da kommt gleich, glaube ich, ein Gegner. Nein! Wo bist denn eigentlich du die ganze Zeit? Ich sehe gar nichts von dir. Ja. Ich war gerade hinter dir. Mit deinem. Und bin tot. 7 zu 6. Naja. Nicht so geil, wa? Weniger Tote wie ich. Weniger Kills wie du. Ja, das ist ja. Aber die Gegner. Doch das ist weit bedeutend. Die Gegner haben natürlich auch alle besten. Overpowered der Waffen. Ist ja klar. Ja, und ich komme mal mit dem Ersteuerung natürlich nicht zurecht. Deswegen bin ich gerade gestorben, aus keinem anderen Grund. Wollte ich noch anmerken. Ja. Mann, ey. Ich lauf rein und genau in dem Moment fliegt da eine Brandgranate hin. Einfach nur wahllos irgendwo hingeworfen und die trifft dann mich noch. Ah, das kenne ich noch von den alten Folgen, wo du mich immer mit den Granaten getötet hast. Oh, fuck. Okay, Robert, ich würde sagen, jetzt spielen wir mal richtig. Ist ja zwei Jahre langweilig. Sonst verlieren wir das ja noch. Wir verlieren sowieso gerade, ey. Nein, wir schaffen das. Wir haben 69 Punkte. Ich dachte gerade meine Eltern wären gekommen. Meine Mama ist schon da. Sweet. Ja, voll toll. Boah, jetzt ziehe ich sie gerade alle wieder. Oh, scheiße. Wo ist denn ein Kill? Oh, da hat mir gerade einer richtig den Arsch gerettet. Ich glaube, das war Lee. Lee ist gut. Ja, Lee hat mir verrascht und in den Arsch gerettet. Ja, Lee hat mir verrascht und in den Arsch gerettet. Ciao, ciao. Und leave a like. Leave a like, yes. Ciao. Please. Ciao, ciao. Haut da rein. Bis dann. Bis dann, ey.